Servus oder so, willkommen zurück zur Spielerkarriere. Schön, dass ihr alle am Start seid. Lasst einen Daumen da, ganz, ganz wichtig, abonniert den 2-Kanal für die 100.000 Abonnenten. Das ist immer noch das große Ziel. Ansonsten, ihr wisst hoffentlich Bescheid, die WM 2026, sie steht kurz bevor und es ist womöglich die einzige Chance für mich, einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Wir sind in der Gruppe mit Irland, Kanada und Portugal. Jetzt erstmal müssen wir uns aber wieder auf eine 99 hochboosten. Wir sind ja auch noch auf der Transferliste, aber ich muss mich jetzt auf eine 99 hochboosten, weil ich natürlich gute Werte haben will, wenn wir jetzt bei der WM spielen. Aber das heißt, wir werden keine Transfergebote bekommen, weil mit einer 99 geht das leider nicht. Jetzt haben wir auch noch 5 Skillpunkte übrig. Wofür haue ich denn die jetzt noch raus? Bei Keeper Stats können wir ja nicht mehr boosten. Physis haben wir schon gemaxed. Tempo auch. Irgendwie habe ich Bock auf 5 Sterne-Skills zu gehen. Komm, wir holen uns jetzt hier mal einen Skillpunkt, da sind wir schon bei 4. Und dann brauchen wir noch 5 weitere. Dann hätten wir sogar 5 Sterne-Skills. Jetzt haben wir erstmal 4 Sterne-Skills. Im Endeffekt ist es eh egal, was wir uns da geben, weil das bringt alles nichts, wenn wir eh nur die Highlights zocken. Jetzt haben wir mal rein in den WM-Auftakt. Irland gegen Deutschland. Wir sind natürlich großer Favorit. Und was haben wir für eine gute Mannschaft, bitte? Raum, Schlotterbeck, Rüdiger, Kimmich, Gnabry, Wirtz, Goretzka, Musiala, Havertz, Adeimi. Schaut euch mal die Gesamtstärken an. Das ist ja absolut heftig. Und dazu 99er Keeper. Also, ob es da überhaupt eine bessere Mannschaft gibt im gesamten Turnier. Wir werden es sehen. Boah, das sieht jetzt auch richtig geil aus hier. Wo spielen wir denn? Im El Libertador. Die Deutschland-Fans sind ready. Und da kommen sie raus, die Spieler. Wir machen es einfach besser als bei der WM 2022. Aber das ist ja auch nicht schwierig. Adeimi darf anstoßen. So eine richtige Nummer 9 hat Deutschland immer noch nicht. In FIFA ist das zum Glück nicht so schlimm. 24. Minute. Es steht 0 zu 0. Die Iren kommen. Aber... Ja, Kimmich geht da dazwischen. Gar kein Problem. Easy wegverteilt. Jetzt ein Freistoß. Es steht immer noch 0 zu 0. Also, wir struggeln scheinbar so ein bisschen in der Offensive gerade. Ich versuche mal hier aus dem Tor rauszukommen. Vielleicht kann ich den Ball ja runterfangen. Ja doch, den sollte ich bekommen. Wunderbar. 73 ist der immer noch 0 zu 0. Jetzt ist er schon langsam wieder auf die gute Schlussphase offen. Wie man sie oft hat in diesem Modus. Parrot passt den weiter. Und dann schießt er ihn einfach mal ins Tor rein. Jirland geht 1 zu 0 in Führung. Man kennt's. Das war wieder so klar. Die kommen wieder einmal vors Tor. Die schießen wieder ein einziges Mal. Und du kannst wieder nichts machen. Ich schaue nur wieder, ob ich den hätte halten können. Aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir den hätte halten können. Aber am Ende wird es ein 5 zu 1 Sieg. Jawoll. Einfach 1 zu 0 in Rückstand. Gehen in den 73. Und 5 zu 1 gewinnen. Das war so klar. Ja, es ist einfach geil programmiert, muss man sagen. Es ist richtig gut gemacht von EA. Wird dann mal auf 25 Schüsse. Hier haben wir nochmal die Zeiten sehen, wo die Tore gefallen sind. 76. 80. 84. 88. 90. Wir holen uns da doch aber schon mal eine gute Ausgangsposition für die restlichen Gruppenspieler. Müssten einfach nur das Nächste jetzt gewinnen. Und dann sind wir eigentlich schon safe eine Runde weiter. Und dann gehen wir rein gegen Kanada und machen die K.O.-Phase klar. Wieder die gleiche Aufstellung. Es sieht so aus. Sané ist ja gar nicht in der Startelf. War der vorhin auch nicht drin? Ich glaube, der war vorhin auch nicht drin. Der wurde einfach als Joker eingewechselt. Hat drei Tore geschossen. Er hat drei Tore geschossen und darf einfach im nächsten Spiel nicht von Anfang an ran. Kanada kommt. Kanada kommt richtig gut mit einem gewissen Miller. Miller, 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 Miller schießt. Und Miller schießt ihn rein. Natürlich. Warum halte ich denn keinen Ball heute? Was ist denn das? Du kriegst so zwei Schüsse, wenn überhaupt aufs Tor, nenne ich mal. Du kriegst einen Schuss pro Spiel vielleicht aufs Tor. Und dann hältst du ihn nie. Jetzt auch noch ein Elfmeter. Boah, wenn die den jetzt auch noch machen. Jonathan David. Dann sind wir 2-0 im Rückstand. Und wer weiß, was das dann bedeutet. Er trifft. 2-1 steht es. Fünfzigste. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir holen das schon noch. Alter, was war das gerade? Einfach Rüdiger komplett weggehauen. Und am Ende, wie hoch haben wir gewonnen? Es wird 1-5-2-2. Wir können auch 3-0-4-0 hinten liegen. Wir gewinnen am Ende noch. Und damit sind wir eine Runde weiter. Oder gibt es irgendein Szenario, in dem man mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen nicht weiter ist? Es trifft auch uns auf alle Fälle nicht zu. Weil Portugal hat auch beides gewonnen. Das heißt, Deutschland und Portugal sind weiter. Jetzt geht es auch um den Gruppensieg gegen die Portugiesen. Und da kann es auch gut sein, dass wir nicht so viele Tore am Ende schießen, weil die Gesamtstärken halt nicht so weit auseinander liegen. Portugal, interessante Mannschaft auf alle Fälle. Aber ich glaube, es ist kein CR7-Regen dabei. Aber vielleicht sitzt der auf der Bank. Zweite Minute schon. Alleingang von Portugal. Wer ist es? Diogo Schutter. Diogo Schutter. Leg den nochmal rein. Aber da komme ich richtig gut raus. Halt ihn zweimal. Gut, den zweiten Ball hat eigentlich eher meinen Mitspieler gehalten. Jetzt gibt es natürlich den Elfmeter. Alles klar. So, was macht er? Vielleicht schießt er nach rechts. Er schießt nach rechts und ich habe ihn. Let's go. Noch ein Elfmeter. Wir sind schon in der 80. Wir sind einfach schon in der 80. Minute. Geht er nochmal auf die gleiche Ecke, ist die Frage. Geht er nochmal auf die gleiche Ecke? Geht er nochmal auf die gleiche Ecke? Ich halte ihn nochmal. Und wenn wir jetzt nicht gewinnen, nachdem ich zwei Elfmeter gehalten habe, spielen wir trotzdem 0 zu 0. Was ist das denn? Das heißt, wenn ich nicht die zwei Elfmeter gehalten hätte, dann hätten wir einfach keinen Punkt geholt. Dann hätten wir verloren. Und was heißt das jetzt? Sind wir Gruppenerster oder nicht? Wir sind Gruppenerster, weil wir ein besseres Torverhältnis haben. 10 zu 3, Portugal nur 6 zu 3. Jetzt trainiere ich noch und dann gehen wir in die nächste Saison rein. Wer kommt denn sonst so weiter? Frankreich setzt sich durch, gemeinsam mit Polen. Gruppe B, USA, Ukraine, weiter England raus. Aua. Rumänien, Australien, besiegen Dänemark und die Niederlande? Das ist ja auch ganz, ganz weird. Das würde man sich genau andersrum vorstellen. Gruppe D, Kroatien, Brasilien, Wales, Marokko. Ja, das geht einigermaßen fit. Italien, Ghana kommen hier weiter. Das ist unsere Gruppe. Spanien, Norwegen und in Gruppe H, Argentinien und Belgien. Die anderen Gruppen gehen einigermaßen klar. Aber diese eine Gruppe, da ist ja komplett verrückt die hier. Und gegen wen spielen wir jetzt? Ich hoffe mal, es gibt jetzt nicht irgendeinen Bug und dadurch wird das Spiel nicht angezeigt. Ja, doch, da ist es, es ist Ghana, oder? Das ist doch Ghana, genau. Transfergerüchte? Ja, wir sind immer noch wechselbereit. Wir werden da trotzdem keine Angebote bekommen. Solange die WM läuft, machen wir uns nicht schlechter und solange werden wir auch keine Angebote bekommen. Und die WM geht ja eine ganz schöne Zeit noch, na? Das ist jetzt gerade mal das Achtelfinale. Wer spielt so bei Ghana? Die Naki Williams ist der Kapitän. Aber die haben schon ein paar ganz talentierte Spieler so. Also mal schauen, wie es gegen die läuft. Das ist das El Libertador. Ich glaube, da haben wir schon gespielt, oder? Williams stößt an. Bis jetzt habe ich echt beschissen gehalten bei dieser Weltmeisterschaft. Bis auf natürlich die 12 Meter da, die ich parieren konnte. Sondern die schießen halt einfach zu gut. Die Naki versucht es und der ist auch wieder drin. Man kann keinen Ball halten. Das gibt es doch nicht. Ich habe alle Werte maxed out. Besser kann man nicht sein, was die Stats angeht. Und trotzdem schießt er den hier einfach rein. Ich kann nichts machen. Oh nee, jetzt ist die Naki durch. Die Naki lupft ihn. Lauf, 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 lauf. Als ob du da nicht mehr hinkommst. Ich werde komplett verarscht. 2, 1, 76. Hä? Ich war mir... Also da gerade war ich mir so sicher, dass der ihn noch rauspatscht. Ja, Eckenraut drunter fangen. Das können wir. Oh, es gibt Elfmeterschießen. Es gibt Elfmeterschießen. Heilige Scheiße. Ich will nur das hier nochmal sehen, wie ich den nicht haben konnte. Was ist denn das? Als ob er den nicht rausbekommt. Normaler Keeper hätte den Safe rausbekommen in FIFA. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der ihn da nicht einfach rauspatscht. Aber er haut ihn sich ja noch fast selbst rein. Ja, dann Unterzahl. Ja, aber macht jetzt keinen großen Unterschied im Elfmeterschießen. Beziehungsweise gar keinen Unterschied. 120 Minuten durch. Adeyemi fängt an. Bitte, Adeyemi. Bitte. Adeyemi verschießt. Jetzt muss ich halten. Ich springe in die richtige Ecke. Bringt aber nichts, weil der Ball eben in 500 kmh in den Winkel. Ich glaube, wir fliegen raus, Mann. Ich glaube, wir fliegen raus. Wenn ich jetzt nicht anfange, hier einen Elfmeter nach dem anderen zu halten, dann war es das. Sané gegen Ophori. Verschießt auch. GG. Ja, wenn die halt alle den Ball nicht treffen. Ich glaube, Deutschland hat bis jetzt jedes Elfmeterschießen ever gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Aber sobald wir hier ein einziges Elfmeterschießen haben, verlieren wir. Und vor allem, unsere Spieler verschießen jeden Elfmeter. Und ich spring immer in die richtige Ecke bis auf einmal. Ich bin bei zwei von drei Elfmetern richtig gesprungen. Und er geht trotzdem rein. Was ist denn das für ein Witz? Man kann ja eh nix halten. Man kann keinen Elfmeter halten. Man kann im Spiel nix halten. Es ist schon wieder so sinnlos hier alles. Warum steht da oben 3 zu 2 und dann 0 zu 3 bei Elfmetern? Wie verpackt kann denn das sein? Und was steht dann hier? Haben wir dann hier irgendwo noch ein Tor geschossen? 1-0 Inaki. Dann die Rot bekommen. 1-1 Haarwärts. 2-1. Ne, da habe ich irgendwo ein Tor verpasst. Ah ne, es stand 2-0. 2-2. Hä? Sané hat zwei Tore in der 87. geschossen. Es gab trotzdem Verlängerung. Es ist so komisch, Mann. Süle wurde zweimal eingewechselt. Also die Jiku hier, der wurde auch zweimal eingewechselt. Ja, die wurden alle... Da ist alles zweimal passiert einfach. Zweimal Süle eingewechselt, zweimal Jiku eingewechselt. Sané hat zweimal getroffen. Ab hier ist einfach alles doppelt passiert. Wir waren in der Abstimmung. Ihr wisst aber schon, Chat, dass ich dann auf euch schiebe. Ja, der Chat sagt neu starten so. Und zwar in der kranken Überzahl. Wir starten es jetzt mal neu. Vielleicht verlieren wir einfach nochmal. Wenn wir nochmal verlieren, dann ist es aber wirklich erledigt. Vielleicht halte ich jetzt auch mal einen Ball. Das wäre ja auch verrückt. Wenn ich bei dieser Weltmeisterschaft einen Ball halten würde. Angriff von Ghana. Ja, die werden eh nicht so weit kommen. Ja, genau so ist es. 19. Minute. Oh, jetzt machen sie es aber nicht schlecht. Kamal den mit einem guten Trick gegen Kimmich. Jetzt legt er ihn rein. Schlotterbeck ist da. 25. Wir haben nur Szenen für Ghana, aber ist ja auch klar, wenn ich meine Highlights spiele. Aber unsere Jungs spielt ja gefühlt nicht nach vorne. Die La Rola läuft durchs Stadion. Und ich fange mal wieder eine Ecke runter. Und danach pfeift er einfach ab und es ist 3-0 ausgegangen. Warum war das vorhin nicht einfach so? Warum hat mir das Spiel dieses Elfmeterschießen angetan? Das war jetzt einfach so, ohne sich überhaupt anzustrengen gerade. Wer kommt sonst so weiter? USA, Kroatien, Spanien, Frankreich, Brasilien, Italien und Norwegen. Die einzige Überraschung fast. Habe keinen Neustag gesehen. Wir tun jetzt einfach so, als hätte es das niemals gegeben. Und für all diejenigen, die es trotzdem entlassen können, mir ist der Finger verrutscht so. Deutschland, Spanien im Viertelfinale. Eieiei. Torres Sanket, Asensio, Petri, das wird die Rache. Die Rache für die WM 2022. Wo die Frechen einfach mit Absicht gegen Japan verloren haben, um dann gegen Marokko zu verlieren. Also ich glaube nicht, dass sie es wirklich mit Absicht gemacht haben. Also es kann schon sein, dass sie ein paar Prozentpunkte weniger gegeben haben, aber das ist ja ganz normal, wenn man weiß, man ist sowieso weiter. Aber es hat auch eh nicht funktioniert, der dummer Plan. So, Torres mit der Ecke. Das ist gar kein Problem, oder doch? Ah, dem ist eigentlich schon Gnabry was. Der den rausgeköpft hat und dann schlechter Pass von Spanien. Zubi, Mendy. Aber Kimmich geht dazwischen, der gute alte Rechtsverteidiger und dann macht er einen Riesenfehlpass. Aber ich habe einen Ball gehalten. Heilige Scheiße. Und es war sogar eine gute Parade. Was ist das denn? Unglaublich. Das ist der Goatkeeper. Hat er danach sofort die Szene weggeschalten. Also wenn der Ball reingegangen wäre, wäre es eng gewesen, dass die Szene überhaupt noch durchläuft. Aber ich freue mich jetzt trotzdem einfach extrem über den gehaltenen Ball. Vor allem steht immer noch 0 zu 0 in der 73. Es muss nichts heißen. Wir können immer noch 5 zu 0 gewinnen, aber gegen Ghana hat es nicht so gut funktioniert. Wir sind in der Verlängerung. 100 Zweite. Bei Spanien hat nicht so schlechtes, ne? Deswegen schießen die dann nicht mal eben 5 Tore in der Verlängerung. Und da reagiert er wieder nicht. Spring doch rüber, du Depp. Jetzt müssen wir hoffen, dass die irgendwie noch ein Tor machen. Ich glaube, wir haben verloren. Wir haben einfach 1-0 verloren. Wie geht das? Sonst gewinnen wir immer alles und die Mannschaft von Deutschland ist so krass hier. Warum können die auf einmal nichts mehr? Es fehlt doch der Mittelstürmer. Meine Fresse, ey. Ich will diesen WM-Titel unbedingt. Oh, da ist wieder einer durch. Und der will den halt machen, ne? Normalerweise hat er noch gar keine Chance. Er lupft und ich komme natürlich nicht hin. Ich habe es noch echt so versucht, ein bisschen anzutäuschen. So kurz rauszulaufen, wieder zurückzugehen. Aber bis der Daria geht, ist der Ball schon drüber gelupft. Und Spanien kommt mit Asensio. Mit Zubimendi. Der hat vorhin schon ein bisschen unangenehm gespielt. Aber wir haben ihn. Und danach ist Schluss und wir jubeln und wir haben 3-1 gewonnen. Es stand nie in Frage, dass wir nicht eine Runde weiterkommen. Easy, entspannt, weitergekommen. Mit 68% Ballbesitz und 10 Schüssen. Es war entspannt, sondern das Gleiche. Nie hat je jemand daran gezweifelt. Und jetzt haben wir nur noch Halbfinale und Finale. Wir spielen einfach gegen die USA jetzt. Was ist denn mit denen bitte los? Die haben es einfach ins Halbfinale geschafft. Gegen Kroatien mit 5 zu 4 nach Elfmeterschießen und vorher gegen Polen. Ja, das sind die allerbesten Gegner. Italien hat Norwegen besiegt und Brasilien hat sich gegen Frankreich durchgesetzt. Und jetzt Italien 2-1 gegen Brasilien. Das heißt, Italien ist schon im Finale. Die Frage ist, spielen sie gegen die USA oder spielen sie gegen Deutschland? Wenn Italien bei der WM dabei ist, dann sind sie krass. Wobei, das letzte Mal, als sie bei der WM dabei waren, sind sie in der Gruppenphase rausgeflogen. Finale ganz, aber wenn ich es ganz viel, dann werde ich es niemals gewinnen. Dann können wir es auch 5 Mal neu starten. Ich glaube, dann werde ich es einfach nie gewinnen. Wir fangen schon wieder mit dem Elfmeter an. McKennie ist es. Wo wird McKennie hinschießen? Ich tippe wieder auf rechts. Rechts ist meine Lieblingsparierungsecke. Und es wird mal wieder ein Elfmeter gehalten. Let's go, Dude. PP, Rayna. Nochmal, Rayna. Die sind schon ganz talentiert, so die Jungs bei der USA. Der Schuss geht knapp vorbei. Und jetzt führen wir 1 zu 0. Oh, da ist einer durch. Oh, zum Glück passt der da nochmal nach hinten, ey. Aronson wäre einfach alleine durch gewesen, wenn er gelaufen wäre. Aber so ist jetzt wahrscheinlich Schluss. Und genau so ist es. Wir haben automatisch gewonnen und sogar mit 3 zu 0. Souveräne Leistung. Das ganze Turnier hat eigentlich schon eine komplett souveräne Leistung. Ahem. Und jetzt geht es ins Finale. Gegen Italien. Was mich jetzt vorher noch interessieren würde, sind so die Torschützen im Turnier bis jetzt. Kann man das irgendwie nachschauen? Ja, hier, Spielerstatistik. Adeyemi ist einfach mit Abstand der Top-Torschütze. In einer WM 11 Tore schießen. Das wäre doch Safe-Rekord, oder? Mbappé auch schon wieder 6 Buden gemacht. Aber 11 Tore bei einer WM? Heilige Scheiße. Karim Adeyemi zerlegt einfach alles. 2 Millionen Euro haben wir gerade auf dem Konto. Und jetzt kommt ja dann bald der große Wechsel. Aber vorher natürlich das WM-Finale. Danach geht es auch schon direkt los mit Testspielen. WM-Finale 20-26 ohne jemals neu gestartet zu haben. Würde ich ja niemals tun, sowas. Gehen wir rein ins Spiel gegen die Italiener. Bei denen spielt Chiesa, Raspadori, Zagnolo, Tonali, Barella, Pellegrini, Pellegrini, Bastoni, Luis Felipe, Calabria und Donnarumma. War der Luis Felipe nicht mal ein Brasianer? Servan ist denn der ein Italiener eigentlich? Aber es ist eine krasse Mannschaft. Vor allem die einen krassen Keeper, aber Deutschland auch einen krassen Keeper. Würde man zumindest meinen. So von der Gesamtstärke her ist es ein krasser Keeper. Aber auch nur von der Gesamtstärke her. Weil in den Spielen hält er trotzdem nichts. Außer Elfmeter. Elfmeter halten kann er gut. Und dann darf der Top-Tor-Schütze Adi eben hier anstoßen. Und jetzt wollen wir den Titel holen, Männer. Es steht schon 1 zu 0. 24. Es steht schon 1 zu 0. Boah, das ist ein guter Pass. Aber Kimmich pusht sich ordentlich. Aber auch Niklas Süle pusht sich ordentlich. Spielt zu mir. Sehr gut verteidigt, Männer. Jetzt kann Italien flanken. Die haben so komische Tore wieder, die so dreieckig sind. Sehr gut verteidigt von Raum. Da kommt er aber nicht mehr hin. Nicht pariert in 1. Nicht pariert in 2. Zweiten. Beziehungsweise habe ich den Ball im Nachfassen halt gehalten. Immerhin schon mal eine Parade in dem WM-Finale. Wenn ich jetzt noch die Ecke runterfange. Varela bringt die rein. Das wird eng, aber ich komme hin. Und danach ist Schluss und Deutschland ist Weltmeister. Ich weiß nicht. Wenn wir es komplett selbst gezockt hätten, dann wäre es schon irgendwie viel dramatischer gewesen. Aber ich finde es trotzdem geil. Ich finde es auch hart, dass Sané wieder nicht eingewechselt wurde. Wir haben einfach 4-0 gewonnen im Finale. Warum ist das so? Warum haben wir so gestruggelt gegen Spanien und gegen Ghana? Aber das Finale gegen Italien, die auch eine kranke Mannschaft haben, gewinnen wir jetzt einfach 4-0. Es ist einfach wichtig für diese Karriere, dass wir diese Szenen hier sehen. Dass ich den Weltmeistertitel in der Hand habe. Es gibt jetzt halt zwei Universen. Es gibt das eine, in dem wir gegen Ghana ausgeschieden sind und es gibt das andere, in dem wir Weltmeister werden. Sucht doch euer Universum aus. Rüdiger Kapitän! Let's go! Ich glaube, da wird er eher Kimmich so die Binde irgendwann bekommen. Aber Rüdiger finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, ganz ehrlich. Ist ja hier auch mit einer der Ältesten wahrscheinlich in der Mannschaft. Let's go! Weltmeister! Nach 2014 zum fünften Mal der WM-Titel. Wäre halt auch krass, wenn die dann auf den Trikots in Zukunft auch 5 Sterne hätten hier. Aber so funktioniert es leider nicht. Der Stegen, immer noch Nummer 2, Mann, der Arme. Der Arme! Für immer Nummer 2. Erstmal der Neuer und jetzt Bernie Hansos. Deutschland, FIFA World Cup, TM-Sieger, Musiala mit seinem WM-Titel, Havertz WM-Titel, Gosens ist sogar mit dabei, Tawa dabei. Ach Kimmich war sogar Kapitän aber am Anfang, okay. Einfach Hansi finde ich richtig dumm, dass er nicht Neustart gemacht hat. Ja, der ist auch selber schuld. Hätte es gegen Japan einfach neu gestartet, aber er war so arrogant und dachte sich, sie gewinnt so auch. Jetzt die Frage, Adeyemi den Rekord. Das ist die große Frage. Ich habe nicht darauf geachtet, was er für Tore geschossen hat. FIFA World Cup, Adeyemi am Ende mit 12 Toren, was schon sehr stark ist, aber kein neuer Rekord. Weil der Chat sagt ja, irgendwann hat man 13 Tore geschossen. Was schon dann nochmal deutlich mehr ist. Ne, aber 12 Tore in 7 Spielen ist krank. Vor allem der Rekord, All-Time ist ja bei 16. Er muss insgesamt noch 5 Tore machen und dann hätte er den neuen Rekord.